So Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Oh, jetzt kommt der Papageienabsturz, aber vorher Uhr gestellt und alles geht los. Oh nein, das war mit dem... Ihr habt die Donkey Kong Münze verpasst. Mit dem Lilanern, der nicht hochfliegen konnte. Ich möchte aber sterben, weil ich die Donkey Kong Münze verpasst habe. Ja, 18 Leben, aber das ist mir egal. Oh, das ist eigentlich sauviel. Aber habt ihr Zuschauer das gesehen, dass ich da was... Ich hab's sogar mit Didi. Ich dachte gar nicht, dass man die mir Didi holen kann. Und der kann nicht mal Eier spucken, dieser Papagei. Der ist voll doof. Der andere ist besser. Und dann kann er nicht mehr, die faule Sau. Und hier ist ein Bonus-Spiel. Das erste von zwei. Das ist gar kein Bonus-Spiel. Das ist nur eine rare Bananenscheiße. Rare. Ich weiß, dass es Rare heißt, aber ich sag Rare. Hier gibt's eine Münze, das ist okay. Na gut. So, und Klee und Pegah Honig. Toll. Didi ist weg. Super. Super. Why? Ich hab'n Bonus-Spiel verpasst. Bonus-Spiel verpasst. Das ist nicht sehr schön. Bonus-Spiel verpasst. Bonus-Spiel verpasst. Da oben hab' ich auch was verpasst. La-la-la. La-la-la. Ich liebe die Musik-Spiel. Und ich flieg' voll in diese Wespe rein. Echt klasse. Und ich hab' mir die Uhr viel zu hoch gestellt. Ach, scheiß drauf. Ich hab' die Donkey-Bünze hier, aber ich brauch' noch zwei Bonus-Spiel. Oh, Donkey Kong-Bünze ist voll einfach in diesem Level, wenn man sich das überlegt, so einfach so dahin geklatscht. Oh, hier ist die Donkey Kong-Bünze, muss nur nach links. Das ist viel zu einfach, finde ich. So, wenn die manchmal so in der Wand, wo du einfach mal durchgehen kannst, ist... Oh, hier ist die Abkürzung, die nehme ich ja einfach, weil die toll ist. Und weil ich hier noch Bananen kriege. Und weil's langsam klappt wird mit dem Leben, kann ich die Bananen ja auch gebrauchen. Warum haben sie nicht hier die Donkey Kong-Bünze versteckt? Das wär' sowas gewesen, was ich vielleicht gemacht hätte, als Spieleentwickler. Ah, Dixie verloren und Dixie ist wieder da, das ist gut. Aber jetzt ein bisschen mehr Geduld. Und hier jetzt, glaub' ich, links, ne? Oh, kacke! Wie soll ich denn das da machen? Ich meine, da oben... Ja, hier komm' ich wahrscheinlich wieder raus. Ah, klasse! Di-di-di-ding! Ich liebe die Musik! Oh, Mann! Äh! 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 Spinnst du? Jetzt kommt wahrscheinlich hier die Mitte. Ja, kacke! Ich will die Mitte nicht. Ich muss hier nochmal durch. Super! Zum Kühlschrank geht's da noch. Ja, super! Boah! Wie kann's... Ich hasse Werbung. Werbung ist doof. Ah, nein! Jetzt wird's auch noch so doof mit bewegen. So, und hier ist ein Bonusspiel. Ganz sicher. Ja. Das zweite Bonusspiel. Das erste war ja am Anfang, wo ich nicht weiß, wie man das kriegt. Und hier muss ich alle Gegner fällig machen. Aha! Ah! Ich hab' meine Fresse gedrückt! Ja, der meine Fresse-Knopf. Ganz klasse! Toll! Wenigstens weiß ich jetzt, wo die Bonusspiele sind. Alle beide. Und die Donkey-Konklinisse hab' ich ja hier. Das hier ist auch immer ganz leicht, obwohl es eigentlich Präzisionsarbeit wie sonst was ist. Warte da oben, dass wir nicht haben. Das will ich haben. Diese Fässer kann man eigentlich selbst so hinstellen, wie man will. Aber bei mir drehen die sich immer automatisch weiter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie ein Emulator-Fehler. Aber das war ziemlich schlau... War's nicht. Äh! Faules Stück Scheiße. Oh je. Oh kacke. Die Stelle ist scheiße. Na, so hab' ich noch mal ne Chance, das zweite Bonusspiel nachzuholen. Wie dumm ich da eben in die Biene reingeflogen bin, in den Bonussspielen. Das war dämlich. So, Dixi. Komm mit auf die Papageien. Express. Der dumm ist. Kann es sein, dass das der einzige... Nein. Ja, vergiss das. Ich hab nichts gesagt. So, und dann... Na klar, warum nicht? Ich sag' nur, warum nicht? Warum nicht. Du blöde Scheiße. Dumli, 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 dumli. Diesmal nicht. Ich meine, man kann doof schmühen, man kann drohen, man kann doof schmühen. Dämlich spielen, und das war eben dämlich. So, und die da oben nur noch. Ich dachte gerade schon, wie geht das denn? Aber dann bekommt man ja noch das 10 T-Fast. So, das Bonus-Spiel Nummer 2 kann ich abhaken. Also, beziehungsweise ein Bonus-Spiel in diesem Level kann ich abhaken. So, und jetzt kommt diese Engel-Kacke. Jetzt kommt diese Engel-Kacke. Also hier nach. Da will ich gar nicht hin. Scheiß auf die blöden Münzen. Aber das hier ist nicht schwer, auch wenn ich still bin. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Und hier ist noch... Äh! So. Das kann ich so fällig machen. Darum gibt es auch nur Geld und Bananen. So. Oh, jetzt wird's kacke. Ich hasse diese Stelle da gut. Äh. So. Tempo machen, wenn es dazwischen... gut geht. So. Und eigentlich müsste es das gewesen sein. Aha. Bah, Bananen, nur egal. Ich guck gar nicht mehr darauf, was ich bekomme am Schluss. Jetzt noch... Achso, die Donkey Kong-Münze habe ich ja hier. Also kann ich sie abhaken. Und jetzt noch hier das eine Bonus-Spiel. Ach, hier war ja nur die Donkey Kong-Münze am Anfang. Das Bonus-Spiel. Wie komme ich... Da hin. Das ist die Frage. So, jetzt bin ich auch noch voll riskant. Ich blöd, Mann. Scheiße. Jetzt kann ich nicht mal gucken, was da war. Gut. So. Toll. Ich spiele echt klasse. Gut. Ja, es hat geklappt. Lass mich los. Achso. Gut, danke. Aber ich hätte auch loslassen können. Ach, egal. So hat geklappt und so ist es gut. Ich finde die Münze. Toll, dann fliege ich da extra runter, um wieder ein Stück hoch zu fliegen mit dem blöden Squawks. Naja, ich habe beides, also kann ich jetzt den Level verlassen. Oh, und den nächsten Level starte ich gleich auch noch. Denn hier habe ich jetzt alles. Ach, zu ihm gehe ich auch noch mal. Ja, du geh nicht damit, ich will es gar nicht. Nur, ich gehe noch einmal zur Omi. Hallo, Brinkley. Ey. Ja, verschwende noch mehr Münzen. Ganz schnell runter, damit ich hier nicht noch mehr verschwende. Auch wenn ich genug habe. Ich weiß nicht mehr, welcher Level das hier jetzt war. Wald des Grauens. Jedenfalls gibt es hier auch zwei Bonusspiele. Hat man hier nicht die Spinne? Ja, jetzt kann ich mich, glaube ich, doch wieder erinnern. So, erst noch mal am Anfang gucken. Es gibt ja mehr als genug solche Geheimnisse, die so am Anfang sind, aber hier nicht. Gut. Gehen wir hier hoch. Und mit wir meine ich die beiden Affen. Mit die beiden Affen meine ich mich. Ah, das ist ein Grüner. Der hat keine Probleme mit seiner Waffe. Grüne sind gefährlich. Wow. Eine Münze. Hier konnte man, glaube ich, irgendwo in der Wand ein Bonusspiel machen. Egal. Wenn ich was verpasst habe, kann ich immer noch hinterher gucken. Da unten war jedenfalls irgendwas drunter. Und hier kann ich auch nach links. Da oben komme ich jetzt nicht mehr hin. Das war knapp. Toll. Bananen. Mehr auch nicht. Weh. Da oben war jetzt auch noch was. Toll. Super, ich habe die ganze Kacke verpasst, überall. Ja, Spinny. Oh, juhu. Der Spinne-Level. Früher fand ich's kacke. Im Moment finde ich's aber gut. Pause. Schnitt. Jetzt geht es weiter. Ich sag mir das nur selbst, weil... Wenn ich das dann schneide, dass ich das auch richtig schneide. Nicht, dass man die ganze Scheiße mitfährt. Juhu. Ich hab nur einmal gedrückt. Gut, so. Ah, hier will ich gar nicht wissen, wo die Donkey Kong-Wünze ist. Also ich will's schon wissen, aber ich will... Okay, das ging hier nicht. Gut. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ich seh' dich da oben. Ich seh' dich da oben. Stirb. Stirb. Was war das für ein Geräusch, ey? Ich hab Angst. Stirb, du alte Sau. Was wolltest du denn? Was ist hier? Ah, schade. Ich hab mit was Besserem gekauft. Aber ich hab mit was Besserem gerechnet. Wollte mich verarschen? Geh tot. Tot, 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 tot. Das einzige was hier das Problem ist, ist, dass man vielleicht nicht so genug Zeit hat mit, weil die Netze verschwinden. Mit, weil die Netze. Schön. Ne, ist deutsch. Ist schön und deutsch. Hallo Crow, beziehungsweise Mini Crow. Die Spinne ist kein Problem. Allerdings für euch. Dieser Level dauert einfach nur ewig lang, das ist das Problem. Und ich hab am Anfang was vergessen. Ich wollte grad schon da runterspringen, aber das wäre ein bisschen dämlich gewesen. Ja. Ach du Scheiße. Na du. Und mit der Spinne einfach nichts ein Problem ist. Also nichts wirklich ein Problem ist. Und mit der Spinne ist es auch scheißegal, ob die Fässer oder Kanonenkugeln... Oh Gott, da ist eine Decke. Warum will ich gerade so unbedingt das N haben? Bestimmt, weil ich die anderen Buchstaben alle gesammelt habe. Und dann dachte ich mir... Das N hole ich mir jetzt auch noch. Warum auch nicht. Okay, die Viecher sind dann doch nervig. Hier war das. Hier kommt gleich rechts einer, der Kanonenkugeln schießt. Und da muss ich nach links, damit die Wand offen geht. Oh nein. Oh, jetzt kann ich den ganzen Mist nochmal machen. Ach du Scheiße. Boah, das ist ja noch 5000 Ewigkeiten vorher. Ich sag ja, der Level ist einfach nur stinkenlang. Oh nein. Nochmal den ganzen Mist. Die Folge wird ja ewig dauern. Oder ich schneide es in zwei Folgen. Das kann ich auch machen. Könnte ich mal... Oh, Hörke. Die Viecher. Die Nerven. Ihr nervt. So, ich töte euch alle. Dann nervt ihr nicht mehr. Wenn ihr tot seid. Okay. Ich hab gerade viel zu gute Laune. Und ich darf nicht ver... Aua, ver... Ah, Scheiße. Dann sollte er sich nicht... ...wärben Stuhl über den Zeh fahren. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Na komm. Wenn ich schon hier bin, hole ich's mir auch. So, hier mach ich einfach alle Viecher tot. Na ja, irgendwie bis auf den. Und den auch nicht. Das war verkackt knapp. Kacke! Ich muss höher sein! Scheiße! Wieder die ganze Kacke nochmal. Das ist das, was ich an der Spinne nicht mochte. Außerdem, wenn man eine Nase zusetzt. Das mag ich auch nicht. Dass das so lange dauert. Mit der Spinne immer. Netz schießen, drauf springen, Netz schießen, drauf springen, Netz schießen, drauf springen, Netz schießen, drauf springen, drauf springen und so weiter. Ich mag dieses Spiel einfach viel zu gerne. Zum Glück hab ich ja den Sturmwald schon geschafft. So, und hopp. Na, du stirbst auch mal. Ich sagte, du stirbst auch mal. Das Fass hätte ich gern ein Stück später. Ja, Eieruhr. Was, Mann? Du stirbst doch jetzt mal. Ich hab noch überhaupt nicht gedrückt. Was ist los hier? So, dann geh ich mal auf dieser Höhe los. Damit mich die Kanonenkugel nicht trifft. Verfickte Scheiße! Ah, es geht aber noch weiter. Komm. Letzter Versuch, sonst mach ich den Part zu Ende. Dann mach ich das wann anders. Diese Level mag ich nicht. Diesen Level mag ich nicht. Meine Fresse, gehst du jetzt mal da lang? Es ist immer so ewig lang und es ist pisseinfach. Das ist das, was mich so nervt hier. Ich mein, es ist nur Geduld und die hab ich im Moment gerade nicht. Ich bin jetzt gerade verkackt nochmal! Ich bin jetzt einfach nur still, weil ich mich konzentrieren muss. Genau, mit der Kanonenkugel musste ich mitgehen. Dann klappt das. Geduld ist alles. Und und ich kann ja das Bonus-Spiel. Bitte lass es mich schaffen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann kotze ich. Oh, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ja! Abhaken, abhaken, abhaken. Die Donkey Kong-Wünze fehlt mir hier auch noch. Und es geht noch weiter. Das erinnert mich an den letzten Level, den ich spielen werde, vor dem End-Boss. Der wird so ähnlich aussehen. Da werde ich auch einen ganzen Part für brauchen. Und eine Kumpelkiste wäre nicht schlecht. Um ehrlich zu sein. Wäre sie wirklich nicht. Geht weg! Stirb! Kumpelkiste, bitte! Und wo ist die Donkey-Münze? Ich hätte den wieder da hinschießen lassen müssen. Da. Nein! Nein! Ihr habt... Ja! Ich hab die Donkey-Münze! Ich hab die Donkey-Münze! Ich hab die Donkey-Münze! Ich hab die Donkey-Münze! Freude, 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 Freude! Das war's für diesen Part. Das andere Bonus-Spiel, wo ich nochmal den... die Kanonenkugel da reinlassen muss. Das mach ich in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis dann. Tschö! Tschö! ится! für mich ist Das war's Und